Guten Tag, hier spricht Oliver Häusenker von Foodwatch. Wir sind hier, um den goldenen Windbeutel zu überreichen und insbesondere um zu erfahren, was jetzt aus der versuchten Einflussnahme der Landesregierung auf den BWK-Aufsichtsrat geworden ist, inwiefern Herr Kretschmann oder das Staatsministerium Baden-Württemberg sich jetzt dafür einsetzt, dass Alete nur noch babygerechte Produkte vermarktet. Schließlich ist das Land mittelbarer Teilhaber an Alete seit Anfang dieses Jahres und wir würden gerne, wenn möglich, mit jemandem sprechen von Ihrem Hause. Das geht leider nicht. Da haben Sie keinen Zutritt dafür. Das heißt, es steht niemand zur Verfügung, um... Also, ich kann Ihnen da gar nicht weiterhelfen. Also, das geht nicht. Also, da hat gar niemand Zutritt hier auch. Okay, vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss.